Das wäre super. Ich fand, dass die Szene, wo Guma das Bild mit seiner Familie hält. Wie viele Geschwister da. Er ist der sechste von sieben Geschwistern. Alle spielen E-Sports-affin. Sein Bruder ist StarCraft Pro Player. Er ist absolut crazy. Also es fällt mir ultra schwer, jetzt sofort in den Draft zu springen. Aber der läuft. Aber der Draft läuft halt volle Bucht. Alter, es ist so krass. Ich muss sagen, also... Robert Games hat Trailer studiert. Hat Teaser studiert, wie man... Weil die hatten ja nur eine Woche Zeit oder so, ne? Ja, also diese... Produktionsleistung ist literally illegal. Okay, okay. Okay, okay, Draft. Es tut mir echt leid, aber wir müssen den Draft. Wir müssen doch rüberlaufen, oder? Nein, nein, erst am Ende. Aber wir müssen unbedingt testen, ob ich da drüben neben euch reden kann. Weil ich habe große Angst. Ja, ich weiß, aber das wird schon. So, Weibo first pickt Maokai. Wir denken also an Maokai, Jay Stewart antwortet sofort mit Kalister Renata. Das ist mein Draft. Die haben nur Silas gebannt, die Idioten. Die haben dreimal ihn gebannt, tatsächlich, ja. Es geht vier Mitleidner sind raus. Ja, ist krass. Es ist alle ST-Mitleidner raus. Asir, Silas, Oriana. Faker muss safe einen neuen Champion spielen, den er bisher noch nie gespielt hat bei diesen Events. Aber ich habe über Renata gesprochen heute schon relativ viel. Und ich finde, den Champion gigabustet. Und Kalister Renata abzugeben in Draft 1 ist so bolsig. Und Deschai hat auch sein Ad-Hocs bekommen, über den wir auch mehrmals geredet haben. Damit aber Jay safe in der Mitte. Das bedeutet Fake. Oh, das könnte Top-Lane sein. Es ist auf jeden Fall Top-Lane. Auf jeden Fall Top-Lane. Es ist direkt in Game 1 die Ansage an Zeus, an Deschai, dass er besser spielen wird. Confidence Pick auf der ganz großen Bühne. Für den Mann, der immer wieder nervöser war. Aber das Match-Up kann ja super spielen. Aber AP-Mitte into Jace mit vier Bands. Syndra? Okay. Aber du hast noch zwei, ne? Talia? Okay. Ja. Ari? Okay. Boah, aber Ari, Alter. Ist alles nicht optimal. Ich fühle, was du sagst schon. Aber es sind eine Menge Kontrollmanage. Okay, okay. Aber wenn die Syndra nicht bannen, honestly, Syndra Best Pick hier. Bei far, finde ich. Ich finde, Syndra ist... Den Magic-Damage sind so schwierig. Ja, eben. Aber ich glaube, das ist halt sehr schwer hier zu liefern. Weil... Also, Talia sehe ich auch noch. Aber da hast du schon Druck, in Du-Bot zu spielen, ne? Also dann... Was machen jetzt Light und Kirsten auf Bordlane? Sie haben jetzt so viele Champions rausgewandt. Sie spielen safe gegen eines der besten Dua-Bordlanes, die skippt auf den Patch mit Kalista und Renata. Äh, Svaros, also die Poke-Lans sind raus. Kalista... Äh, sorry. Caden Lux. Ist eventuell ne Option. Äh, 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 raffe ich nicht. Äh, Seju Ray-Ban finde ich bad, weil ich finde, Poppy nicht so viel schlechter hier. Poppy kann auch gegen Jace einiges machen, gegen Atok sowieso. Also das Rumgedash ist mega gut. Also ich finde... Wir haben auch gesehen, wie sie stark sind. Honesty, ich hätte hier zwei Mittelbands mehr geführt. Aber vielleicht wissen sie auch einfach nicht, was Fakers Option 5-6 sind. Oh, das ist ein Diebstahl! Das muss man melden, oder? Es wird die Ari. Boah! Aber jetzt heißt es, jetzt ist nur noch die Syndra übrig. Ne, ne, sie, sie brauchen den ja. Sie kriegen die Ari, sie wollten die Ari haben, sie kriegen sie. Sie haben sie gefickt. Ja. Das heißt, wir haben... Das ist der Chat mit... Aber es ist ja trotzdem eben ist AD Heavy auf der, ähm... Ja, das ist so schlimm. Der Maukai macht das. Der Maukai macht das! Ari, Belwef auch eine Option. Und da spielt sie nicht gerne. Und er pickt eigentlich hin! Oh! In-Game ein! Wir haben drüber geredet! Ja, Playoffs aus springen lassen, grüßen. Da hat auch da sehr vieles hingespielt gegen KT. Und jetzt hier erneut. Oh, die Windrate ist aber Katastrophe, ne? Aber Leute, das ist ein Skill-Diff-Draft. Das ist... Pickstast, wenn du glaubst, du bist auf jeder Position besser. Kalista, Renata, Botlane, safe, ne? Best Botlane-Tournament von mir aus. Aber dann... Also, Ari, die Signone, das dodg ich hier in der Solo-Cube. Alter, das ist ja... Rude! Ja. Da musst du halt tatsächlich ordentlich Leute spielen können. Na, auf der anderen Seite ist es etwas leichter auszuführen. Sehr viel Leichtheit auch. Ey, hier Lee zu Lars picken ist so offensive. Desto länger ich darüber nachdenke, desto schlimmer finde ich das. Und wenn der damit gewinnt, das ist... Boah! Dann sollte das zwei Wins geben, einfach. Ne, aber das... Also, das bricht den Gegner Triple. Das ist quasi Haltungsschaden und Marder-Schaden und du wirst gestunt. Und du vergiftet auch noch. In den nächsten zwei Runden. Boah, das ist krass. In Maokai-Jays-Arkurs. Ja, das brauchen wir nicht einblenden. Ja... Das ist halt Mobbing. Ten Votes... Ten Votes sind immer Bias für T-One. Das ist natürlich immer das Gleiche. Der hat das falsche Logo bei Weibo genommen. Auch nochmal schlimm. Aber ich finde wirklich, die Draft von Weibo ist so viel leichter zu spielen, T-One hat so eine Draft gewählt, die wenn... Wo soll ich mitte? Okay. Ja, ja, komm. Dein Spiel. Also, wenn das funktionieren soll für T-One, dann müssen sie mechanisch komplett outclassen. Lee Sin ist auch nicht gut gegen Maokai. Ich kann nur so viele verschiedene Art und Weise canceln. Das ist eine sehr gefährliche Draft für T-One in Game Nummer 1. Auf Redside haben sie was Besonderes ausgesucht und wir drei werden es für euch kommentieren. Das erste Mal bei diesen Triple Ks. Dankeschön. Let's jump! Es wird ein Banger im Finale. Und... Kamelepflip! Bei Luz, ja. Game 1 wird den Tenor setzen für die ganze Series. Wenn T-One mit sowas durchkommt, dann hat Weibo Gaming keine Option mehr in Draft. Wenn das nicht klappt, dann habe ich Angst. Dann fange ich an zu zittern, weil dann ist ein Game schon mal weg. Oder noch mit Lane-Bahn. Wir haben jetzt ja nur fünf gesehen. Na, also kann auf jeden Fall funktionieren. Wir springen ins Spiel rein, meine Damen und Herren. Das erste Game der World Finals zwischen T-One und Weibo. Platz vier der LPL, das liest es schon absolut grausam. Ist so krass. Ja, vor allem, weil in Swiss Stage besiegen sie den zweiten der LPL. Dann Quarterfinals, erste Runde, den dritten. Dann Semifinals, den ersten. Und jetzt im Finale gegen den vierten Rand. T-One hat wirklich jedes LPL-Team hier bereits in einem Best-of begegnen müssen bei dieser Wehrmeisterschaft. Jetzt folgt Vell-Bait. T-One mit ihrem berühmt-berüchtigten Late-Red-Buff-Invade. Sie lieben Map-Split, aber ohne Double-Hale-of-Blades sollten sie niemals reinkontesten und wirklich fighten wollen. Das sehen wir immer mit Varos und Ash, etc. Mit Renata Calista deutlich unwahrscheinlich. TP bei Crisp auch eine interessante Wahl, weil gerade Tam Kensch ja auch farmt auf Bot-Lane und Senna da deutlich weniger Ressourcen bekommt. Ich glaube, das wird auch das ganz, ganz große Thema werden. Was passiert auf dieser Bot-Lane? Weil da wird sich das Spiel aus meiner Sicht mit am meisten entscheiden. Also wenn hier Calista-Renata gut ahead kommen, dann wird es ganz, 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 ganz schmerzhaft hier für den Rest des Drafts. Und deswegen bin ich auch wenig überrascht, dass die Sin hier nach unten päft. Aber Maukei wird Richtung Top-Side päft. Ja, wird natürlich noch ein bisschen dauern. Early Game so ein bisschen genervt. Schöner Sidestapper. Man sieht schon, die Lanes auf der Bot selbst terrorisieren sich des Todes. Die Sin wandert, wie gesagt, nach oben. Würde es einen Top-Lane-Gank geben, um da oben so ein bisschen quasi die Waage zu brechen? Also wenn es einen gibt, dann bitte von Vell-Vell für The Shy, weil isolierter Jonas mit der Spielen darf, desto besser für den Mann mit den Spielen. Bei Katana da oben. Also wirklich das ist richtig anstrengend für The Shy. Seoi ist auch sehr gut in dem Match-Up, also wenn er nicht choked zumindest. Well-Vell muss hochparfen, Ouna wird wegparfen, aber Ouna kann hier vielleicht sogar Blue-Buff invaden, was in 10 wäre. Und dann haben wir vielleicht so ein 2-gegen-2-Top-Lane. Ja, das entscheidet natürlich sehr, sehr viel. Der CS-Abstand da oben ist schon mal der absolut grausam. Wie gesagt, aber die erste Wave hat nun mal Juna hart unter Kontrolle. Aber ich muss noch sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin über den Midland-Prior. Du kannst mit Jace durchaus, bist du klug. Da kommt er, da kommt der Invade. Er hat Mitte und Top-Prior. Also es ist auf jeden Fall spielbar. Und das haben wir genauso von ihm schon gesehen. Witzigerweise mit Poppy gegen Maukei. Aber jetzt ist es der Lisset. Schöner Side-Step. Ganz wichtig, Weiwei. Aber der Baum, der den Jungle verloren hat. Das ist auch schon ein absolut grausames Bild hier an der Stelle. Der Mönch hat eigentlich eine Achse in der Hand. Aber Ona ist hier auf dem Timer. Denn gleich muss Serious wieder Top-Lane laufen. Jetzt hat Serious Pryor und kann Moven. Aber so in 10 Sekunden spielst du, wenn die Top-Lave gebounced sind, wird Serious wieder weg sein. Heißt hier, Wolf in Vayne ist nice. Vay-Wave versucht, die Smite-Ball zu gewinnen. Aber Ona ist der Smite-King bei diesem Turnier. Easy. Und jetzt soll Serious aber bitte mit den Beinen in die Hand nehmen, um die Wave zu catchen, wäre relevant. Wait, wait, wait. Fake-up. Oh, geht daneben. Aber der Buddy sagt nein. Der Buddy muss nein sagen. Aber war krass. Also muss ich sagen, die Idee hier für Midlane-Dive zu spielen auf dieser Double-Stack-Wave ist insane gewesen. Einfach zwischen zwei fucking Türmen. Das wäre natürlich Puls des Todes. Aber schöner Flash. Beides raus. Aber für Ari besser, oder? Gar nicht im Level 6. Rund um Level 6 des Build-Rush mit den vielen Dashes ist so stark. Gerade auch mit Lee Sin. Und das Absurde ist ja, Felker wollte vor 10 Jahren Ari als seinen World Championship-Skin haben. Durfte er aber damals nicht. Hat dann Zett genommen. Und jetzt 4.000 IQ von Vay-Wave. Scheiße. Oh, Felker. Oh, den Schafer suchen. Er wechselt. Er steht. Er steht. Wo ist Papping an der Stelle? Und das Firstblatt geht an Vay-Wave. Scheiße, Maxim. Ja, was soll ich sagen? Ja, das Papping war sehr gut vom Haukei. War ein sehr guter Gang. Dazu gehört, wo geht er hin? Aus der Situation heraus da, Enemy Rapper ist ja auch irritiert, aber jetzt kann er vor allem auch noch die Raptors da nachnehmen. Das bedeutet, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil und natürlich ein absoluter, harter Start für jeden Die-Hard-T1-Fan. Ist krass. Ja, ist nicht so schlimm. Aber ist ein bisschen hin von Faker. Also er sollte da generell eher Richtung Botzeit hovern, gerade wenn halt O'na da invaded hat und noch Wards stehen lässt. Faker, der engagiert wird, ist schmerzhaft. Ja, wer wird Slash bekommen, aber wir sehen es doch mal, ne, wenn er jetzt hier versucht, Richtung Botzeit, Richtung O'na zu gehen, vielleicht aber ehrlich gesagt. Boah, der Schockblast. Das wird den auch noch driften. Er will halt die Wave pushen und dann reset. Ja. Und dafür ist er gestalt, dafür wird er bestraft. One more wave für die Faker zu verhängen. Ja, oh, also direkt das Mitlehn-Berbel mit einem doch brutalen Killeröffnung. Und für Jace ist es natürlich krass. Na, er sammelt Langschwerfer und er wird natürlich auf Dauer sehr, sehr nett sein, weil es ja auch seinen Wave-Kill enorm erhöhen wird und damit vielleicht auch mehr Kontrolle über die Lane bekommt. Bisher ist er noch ein bisschen im CS im Rückstand. Über die Top-Lane reden wir nicht. Ja, Bot-Lane ist vor allem natürlich entscheidend. Da müssen wir immer so ein bisschen Tam Kench mit Kalista vergleichen. Ja. Aber du kannst auch so ein bisschen das Gold rausnehmen. Da müssen wir auch ein bisschen über die Diskussion reden, die ja unter Analyst aktuell immer läuft. Ob man irgendwann das Support-Item verkauft bei Senna, ist bei Tam kauft, um quasi im Mid-Game dann halt eben doch mehr farmen zu können, weil Tam da halt nicht mehr an die Lanes rankommt. Was ist deine Meinung? Ich bliebe dagegen. Der Einzige, warum ich dafür gehen würde, ist, weil manche AD-Carries sind sehr schlecht darin, wenn sie warden müssen. Und Phase checken müssen und so. Ja. Aber ansonsten verlierst du so viel Gold-Value. Und Ouna wird jetzt hier permanent Bot-Side anspielen. Das sehen wir von T1 extrem oft, wenn sie Bot-Lane Priorität haben. Sie gehen für Bot-Lane Invading Camps mit einem Bot-Lane-Pressure, um dann den ersten Drake zu starten. Generell haben sie meistens in den ersten Minuten gleich anderthalb Drakes bekommen bei dem Turnier. Klar, sie haben auch die großen Lehrer Games gewonnen. Aber T1 wieder sofort, weil sie da spawnen sie, sind sie da und wollen es mitnehmen. Sehr, sehr stark. Gerade halt bei Kalista viel stärker als Tam Kench im Early Game. Und Felgermut ist einfach alleine in der Wayway-Zone. Das schafft er. Also erster Objective for free. Ja, aber da muss man noch sagen, das war so ein bisschen fast eingepreist im Draft. Bei Senatarm war halt noch eine starke individuelle Lane, die du pickst, aber du weißt, mit Senatarm kannst du ja auf jeden Fall nicht diesen Great Court testen. T1 meldet sich also zurück. Gold dead even. Und Bot-Lane weiter. Klare Priorität für T1. Das war der erste Platz jetzt auch an Keria und Guma. Das sollte in den nächsten paar Sekunden erfolgen auf der Wave. Das ist sehr, sehr stark. Gerade wenn halt Kalista und Renata dich belagern dürfen, sind sie noch mal lästiger. Denn sie zollen es sehr schwer. Sie beleben sich gegenseitig wieder, wenn sie wollen. Oder ziehen sich aus der Misere, mit der Kalista holt später. Und dann kann man die Späre rausziehen, mehr Damage haben und dafür sorgen, dass man eben den Reset anspielt. Für Aona ist das ein großer Vorteil, dass er jetzt auf der Topseite noch die Krabbe bekommt. Also da die Rotationen theoretisch sind möglich. Maokai war auch zur Stelle. Also Weiwei, wie gesagt, er braucht halt kein... Level 6 ist nice to have, sag ich mal. Nein, er braucht aber den Damage von Xiaohu, weil er bietet lediglich CC. Würde aber trotzdem sagen, dass Faker mit dem Level 6 deutlich, deutlich stärker sein soll. Das Ding ist auch, du musst die Krabbe hier nicht contesten. Also Weiwei sollte hier aus meiner Sicht jetzt nicht wegen der Krabbe anfangen, im River zu fighten. Das ist sehr, sehr gefährlich. Lixin und Ari konkurriere Strecken hinter sich bringt. Und da bist du dann einfach deutlich, deutlich anfälliger. Das Wichtige ist einfach, Maokai muss diese Setzlinge für Choplane werfen. Genau den. Das ist halt quasi wie so ein Ward. Dann kannst du recoil und dann gehst du in deine Bot-Side rein. Und da wird es dann auch, glaube ich, noch mal spannender. Aber das ist geil für T-One, weil wenn Maokai Top-Side-Krabbe verliert und auch keinen Camps da oben hat, kann auch noch jetzt relativ easy Level 6 werden und Harald mitnehmen. Das sollte recht einfach sein, wenn jetzt wirklich wer-wer-Bot-Side puffen muss. Das heißt, wir kriegen... T-One bekommt im Early-Game-Bide-Objectives. Und das ist natürlich extrem sexy mitzunehmen, wenn gerade der G-Ner gar nicht fighten kann. Ja, leider ist Shahus Flash wieder ready. Das heißt, den Forder kann man nicht ausnutzen. Aber Harald sieht jetzt sehr, sehr free aus, gerade auch mit der Präsenz, die Yon generiert. Ja, also das ist komplette Dominanz. So, und zwar ist sie jetzt schon ein abartiger Abstand hier in dem Moment. Die Platte ist schon raus, ja. Achtet mal auf die Reset-Timing gerade, ne? Bin ich immer ein Riesen-Fan von bei T-One, kann man sehr oft drüber reden, weil sie es actually gut machen. Also vier Leute, die komplette Bot-Side ist gerade gleichzeitig recoil. Und dadurch kannst du auch diese Lane-Assignment jetzt gut machen und du kannst Vision vor allem erobern und halten. Das heißt, T-One hat hier die Möglichkeit, nicht nur für den ersten Drake zu spielen, sondern auch noch als Bonus den ersten Harald mitzunehmen, was quasi natürlich die Rührschrafe ist. Und dafür sieht man jetzt hier diese Rotation sehr, sehr gut, weil alle gleichzeitig gerecoiled sind, können alle gleichzeitig reingehen. Du kannst die Vision komplett contesten, du kannst Midlane-Priot zu zweit holen und du hast trotzdem nichts, was du in diesem Moment verlierst, weil du durch den Prior-Vorteil, durch den Tempo-Vorteil, halt zuerst Botlane gerecoiled hast. Und im Best-Case sehen wir jetzt hier ein 4 gegen 4 direkt richtig auf die Presse. Aber den sollte man jetzt nicht contesten, oder? Also Waybo muss eigentlich wissen, das ganze Hoffnung ist verloren. Gerade gegen Kalista ist auch nochmal ein bisschen weg. Ich meine, Sie stehen da selber auch mit 4 Mann, ne? Also irgendwas müssen Sie machen. Ja, aber das ist ja dann Time-Waste, wenn Sie wirklich hier die Entscheidung treffen, dann nicht hier reinzugehen. Das sieht doch so aus. Na, das würde das Ding gibt man ab. Vielleicht noch ein kleiner Snack. Aber Sie haben sogar keine richtige Eröffnung, wenn Sie engagieren wollen. Bis auf Maukei. Und ich glaube, gegen Ari ist das einfach zu langsam. Ah, der Tom! Der sitzt diesmal. Die Frage ist, ist hier Chris lustig genug? Ist hier nochmal sehr, sehr loben worden. Und da ist das Wichtige. Sehr geil. Der Wichtige Kill nochmal für C1. Die Rache ist da. Und unnötig von Waybo gewesen, da zu bleiben. Ja, Waybos größter Fehler war davor, wenn Sie Krabbe abgeben und Hobsack-Cab abgeben. Während wir die Falke sehen haben, hat Waybos von Gromp Level 6 farmen müssen. Der war noch Level 5. Der konnte nicht groupen. Der war noch beim Gromp dabei. Auf einmal fightest du eine Unterzahl. Faker findet Engagement als Burge Rush into Charm. Easy. Und jetzt Top-Land aufgepasst. Theos muss rennen. Der hat noch seinen Ult. Ready, aber man muss die zünden. Und easy, cc. The ultimate wurde gecancelt. Aber wer hat Flash? Die Frage ist, kommt der gern noch den Zill zur Verfügung? Er lässt zu langsam. Wird der einfach noch niedergeprügelt werden. Das Schei ist ganz wichtig. Ist in Ordnung. Trotzdem, im Endeffekt ist das jetzt hier trotzdem 20 CS-Lead. Und man hat jetzt gerade auch kein Heroid. Das heißt, der kann nicht gesetzt werden. Aber um nochmal darauf anzusprechen, die Level Disadvantage war ja nicht nur ein Jungle, sondern diese Renata-Ultimate. Wir haben wieder gesehen, wie stark sie war. Senna hat noch keine Ultimates zur Verfügung. Kein Counterplay, nichts, was wir dagegen setzen konnten. Jetzt erst tatsächlich das Level 6 erreicht. Und das sind genau die Momente. Du hast es gesagt, warum gehen sie da? Es ist Time Waste. Sie hätten einfach in die Bot-Lame wieder reingehen wollen. Dann tradest du vielleicht für zwei Trill-Playdings oder ähnliches. Aber T1, hier einfach geistigst gegenwärtiger und auch einfach mit diesem schönen Reset-Timing. Gefällt mir alles sehr, sehr gut, was wir bis hierhin sehen. Ja, der Reset ist crazy. Vor allem, weil du mit Level 5 Renata resets, die wird vom Heroid Level 6. Weil du weißt, Maucher kann nicht Level 6 werden, weil du ihm vorher Camps geklaut hast. Also hat T1 die bessere AOE-Holt, also das Berserk statt der Nature's Grasp. Und trotzdem muss man sagen, Beibo, durch diese beiden Kills auf Solo-Lanes, gerade auch, weil das Gold so gut verteilt ist, für sowohl Aatrox als auch für den Jays, sind hier eigentlich ganz happy gegen T1. Den Gold, der hat Even, ja, Object ist abgegeben, aber ihre Länder können sich jetzt behaupten, gerade für Top-Lane ist es wichtig, um ein Polster aufzubauen, bevor Yon sich überrennen kann. Ja, aber das wird jetzt quasi komplett schiffen. Wir haben ja noch Lee Sin mit dem Herald. Das bedeutet, er wird das Ding entweder unten oder in der Mitte platzieren und dadurch kriegen sie eigentlich theoretisch sofort den Drake. 20 Sekunden ist dafür noch Zeit. Na, hier oben ist kompletter Terror. Na, das ist absolut sinnlos, da quasi hinzuschauen. Und nun ist die Frage halt, wo ONA als nächstes hinrotieren wird. Oder auf Fake Out, glaube ich, die Mitte sowieso schon ziemlich gut kontrolliert. Ja, das ist absolut recht. Also der Klassiker-Play ist hier, Herald Mitte into Drake. Wie Maxim gesagt hat, einfach stark und easy. Gerade auch, wenn du halt noch Platten generieren darfst in so einem Range gegen Range Matchups, den Turm zu belagern ist wichtig und gerade so ein Hextech-Drake ist nochmal ordentlich kompletter. Ich fange teuer an. Nee, doch nicht. Aber ich dachte schon, die rotieren da komplett hin. Also das Ding ist, Hebrou wird jedes Mal das Areal kontrollieren dürfen wegen der Zaplinks und dann willst du halt über Midlane spielen durch Herald, damit du nicht durch die Zaplinks gehst. Und jetzt wird Tewon dafür vielleicht sogar zu 5-Goot. Mal gucken, ob sich Ceos bewegen wird. Ja, ich glaube, das Spannende hier ist auch, dass Lee Sin einer der wenigen Champions ist, die gehandicapt sind, wenn sie Herald haben. Weil du kannst ihn bordschäglich machen. True. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich schwierig. Das heißt, jetzt haben wir Herald Midlane, das ist jetzt genau der Play. Und es sollte auch absolut machbar sein. Ja, da gibt es nochmal ordentlich Gold für Faker hier an der Stelle. Ganz wichtig. Oh, drei Plattenmitte. Aber vom Timing her, wie gesagt, man macht das quasi erst mal alleine. Kalista noch gar nicht zur Stelle. Jetzt kann sie dazu rotieren. Na, aber Guma Yuzi ja, platziert das hier entsprechend seine eigenen Wards. Und Faker will jetzt sogar basen und vielleicht reitifigen. Er hat Everfrost durch diese Platten. Nee, er hat den Recall gecancelt. Tewon kriegt den Drake so oder so. Das ist extrem geil. Zwei Drakes, ein Herald, Plattenmitte. Shoplane fällt der CS-Vorteil. Und ja, Weibo Gaming hat sich über Kills gerade noch im Game halbwegs behauptet. Gerade auch jetzt The Mountain Embrace bei Valve ist ein toller Powerspike. Aber das ist nicht genug, um jetzt erst mal Tewon entgegenzurücken. Gerade wenn sie für Letgames scannen dürfen und diese Botland-Dominanz noch nicht aufhört. Ich glaube, das Einzige, was wir scanningmäßig vielleicht zumindest mal kurz besprechen müssen, ist, oh, gucken wir vielleicht, na, okay, ist kein spannender Trade. AP-Damage. Das ist ein Thema, was wir ja bei Weibo Gaming auch noch haben, was ein kleines Problem sein kann. beim Mahokai hier Single AP ist. Ja, ich glaube tatsächlich, dass er das halbiert. Ist kein großes Problem. Er hat Demonic. Ja, aber wer kann auch Amor Reliable Bound? Du kannst so nicht erst bauen. Oh, Two-Verset-Two-Top. Das könnte spannend werden. Oh, schöner Knock-Up. Oh! Let's go, let's go! Ja, take him out! Der Dammit ist aber nicht ungenauert. Scheiße! Er hat die gesnipet von der Botlane. Light einfach absolut fantastisch das Ganze mitbekommen. Und Zeus hält einfach nichts auf. Er ist nach einer Sekunde tot, weil er das aufnimmt nicht bewegen, wie du gesagt hast. Das war so eine schöne. Ultimates into Double-Q-Knock-Up und die verlieren den Fight. Ja, ich bin auch mindplot. Bei Gordon Hercadde ist es den Fight so OP, aber der Dawning-Shadow von Botlane snipet da oben rein. Die Berserker und Mistier leider von Keria. Und jetzt auf einmal geht hier Weibo für die Skill-Checks. Aber Faker, er ist da zu mobil. Also muss jetzt quasi noch einen Schock-Blast treffen. Ich glaube, das würde nicht mal reichen. Na, da die Tankiness und die Mobilität so ein bisschen zu hoch. Also man prügelt die Top-Lane-Fight sehr gut aus. Allerdings wird Yona natürlich trotzdem sonst wo ins Game. Für Kalista allerdings sehr ungeil, einen 1-0-1-Artox-Gegenwichter. Es ist trotzdem also überraschend, dass das 2-2-top-lane-Fight bei ist mit dem Setup. Weil das bedeutet ja auch, dass das nicht besser wird in naher Zukunft. Krakenslayer gegen Frawdrinker. Das wird natürlich für Yona irgendwann dann noch besser. Aber nichtsdestotrotz ein Schock-Moment glaube ich auch für G1 selber, die trotzdem 300 Gold vorne sind. Also alles soweit gechillt. Müssen trotzdem überlegen, okay, über welche Länge kommen wir jetzt am ehesten zum Erfolg. Und da löst sich jetzt Carrier von der Lane, um eben selber Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Das 3 gegen 1, Leute. Das muss jetzt aber eindeutig geholt werden. Slows schon mal drauf. Zeus schon ein bisschen HP verloren, juckt aber gar nicht. Das ist ein Save as Ignite. Die Frage ist, ob Oner den Kills snackt. Ah! Und er ist nochmal hingegangen. Also jetzt braucht eigentlich Yona langsam Kills. Wichtig vor allem DXP zu bekommen. Da war der Scheiß so weit vorne. Und der Scheiß ist was bekannt, wenn er Gold hat und stärker ist, dazu Wille Föschern. Der wird da von 3 Mann bestraft. Gute Rotation von T1. Loll. Und die es auch wenig kosten sollte, wenn sie mit der Contestate kriegen, was sie tun. Sie fighten sogar gegen Weiwei. Oh, der ist nochmal reingegangen. Das Wee einfach rausgebetet. Aber oh, no, no, wichtiger Schild. Er kriegt kein Kill mehr. Das ist so viel. Weiwei hat da oben überlebt, weshalb Renata nicht prockt. Bitter an der Stelle für T1. Ja, und die sind immer noch auf der Jagd nach einem Baum. Nach dem Baum. Aber der Baum bringt sich jetzt selber um. Der geht direkt ins Sägewerk. Look at that. Oh mein Gott. Na, einfach sofort bei Hornbach. Das war's. Es kriegt nicht mal einer XP. Kein Kill, kein Gold. Wir sind nicht sponsert, by the way. Nein. Boah. Noch nicht. Falls. Dong, ding, ding, ding. Ne, ist auch was anderes. Weiß ich nicht. Ja, egal. Aber das ist extrem geil von Weibo. Also, gerade bei so einer Draft von T1. Ari, Lee Sin, Yon, Kalista, Renata. Es ist so, wir auf Plane dich und wir finden die in Gages und wir auf Plane dich dann im Fight. Aber Weibo ist es, die in Gages. Woher kommt der Schaden eigentlich? Oh, das ist ja Schockblast, ne? Der Schockblast. No, who's damaged mit dem Hammer? Das ist einfach dumm. Ja, das To The Skies, der Thundering Blow Show. Rennt einfach raus, wartet, dass Renata tickt ab. Light Side Steps. Fakers Charm, bevor Chris Saban kam mit dem Devour. Sehr, sehr stark von Weibo gemacht. Immer noch ein Gold behind in Farben, ein Objektiv behind. Timon macht ein geiles Game. Aber dieses Skirmishes verlieren sie ziemlich eindeutig aktuell. Und vor allem, das war jetzt auch noch ein Play, wo wir gleichzeitig den Teleport von Faker investiert haben. Das heißt, auch das kann uns makromäßig jetzt nochmal auf die Füße fallen. Trotzdem sehen wir erst meinen Harrod und T1. I'm sorry. Ich glaube nicht, dass ihr das fighten könnt. Ja, aber kein TP bei der Scheid. Er ist noch ein Jahrzehnt weg. Er läuft noch. Er läuft komplett durch. Ja, aber der ist nicht da. Das ist über... Die wollen es nämlich trotzdem... Minify Ceo, es geht schon wieder rein. Raus, 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 raus. Wo ist der hingekommen? Weg, weg, weg. Da soll er eine kleine Cassante holt. Die holtest du über die Wand rübergebacken. Ja, aber wieso? Ja. Das sah voll seltsam aus. So Riot Games. Riot haben wir Riot anwiesen. Wir flamen hier Riot Games nicht, aber... Wir lieben Riot Games. Jetzt ist natürlich der Preis dafür, allerdings, dass der Drake in fünf Sekunden spawnt und wir nicht so richtig in Position sind. Das Gleiche geht allerdings auf der anderen Seite auf, weil man da auch nochmal Resets genommen hat, was ein bisschen merkwürdig war. Aber ich glaube, hier wird es ganz, ganz entscheidend, wenn T1 als erstes am Objective ist, wie wir es gerade gesehen haben. Dann ist alles cool. Aber wenn die Maokai-Zaplinks vor dir da sind, also Samen tun hier richtig weh. Es ist ein großer Timo am Ende. Ja. Was nicht geil ist. Alle hassen Timo. Ja. Achso, die Zaplinks sind die... Achso, ja. Hat gedauert, ich weiß. Ja, weil... Mein Kopf ist langsam. Aber was schnell funktionieren sollte von, oh, da ist jetzt Harriet Mitte setzen. Bist du Level 11 vom Blu-Buff? Wenn ja, dann ist Worf. Jetzt Harriet Mitte und dann versuchen, hier wieder Priorität zu generieren, damit wir viele Drachen spielen können. Ja, hu, es riecht einfach, wo Faker ist, ne? Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Oh, da geht hier. Drachen in unserer Stelle. Jetzt wäre es der Dritte insgesamt. So, dass sie hier eine cloudige Map werden und Faker auch bereit, sich von der Seite ran zu sneaken. Alle Ultimates stehen theoretisch zur Verfügung. Auch natürlich Everfrost für die unendliche CC. Und der Fight um die Wards hat begonnen. Faker überdiktikerzeit. Über diese Wand kann man rübergehen mit der Ultimate. Das ist möglich. Und er lauert. Oh, da haben wir es. Das ist ein kleiner Poke hier an der Stelle. Jetzt ist der Scheirage jetzt. Jetzt ist die Frage, ob ihr Xiaohu noch ein Schockglas trifft. T1 ist sehr glücklich mit dem Harriet. Oh, da ist er nämlich. Okay, aber hat noch geschildert. Das ist eine sehr, sehr schöne Reaktion tatsächlich. Trotzdem HP verloren und du hast die Sepplings erwähnt. Zwei ekelhafte sind da im Busch. Na, und rennen jetzt natürlich direkt in das Gesicht von T1. Ja, T1 spielt es gerade richtig geil, weil sie einfach warten. Sie kriegen ja der Botnam Priorität und wenn jemals Vapor Gaming Weg startet, spawnen sie Harriet mit und nehmen vielleicht sogar zwei Turals mit diesem Charge. Heißt gerade Vapor Gaming ein bisschen... Carrier? Oh, das ist Regi daneben. Renata Ullt. Oh no. Er rennt davon. Jetzt nochmal die Roots durchgebracht. Aber Currier wird ja nochmal wegkommen. Wichtig! Kallister saugt ihn wie so ein Pokémon wieder zurück. Einfach sehr, sehr gut gemacht. Faker auf der anderen Seite. Aber jetzt sind übelst wichtige Ultimates raus und ich glaube, Vapor juckt das im Prinzip jetzt nicht. Die HP vom Aukai gefällt mir allerdings nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie in Position aufgehen müssen. T1 hat auch noch die Ultimate von Faker am Ende benutzen können, um rauszugehen. Der Carrier mit dem dicken Missplay an dieser Stelle hat leider den Handshake nicht getroffen. Oh my God! Oh no! Oh my God! 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 Na, rennt jetzt hier aneilt davon. Aber der blinde Mensch. Er sieht den Duf der Mönch. Er riecht den Duft der Rinde. Da ist das Key! Oh no! So gut gemacht. Hanra, so geil. Wie macht er das? Es ist ein Statement-Game. Und der Turm ist auch noch zerstört worden, weil der Herald ja instant da war. Das war der Dwarf Jump zum Herald quasi. Sollte man nicht machen, by the way. Aber Ouna mit diesen Mitteln engaged, der Mann war so bad in Regular Season ohne Felker. Und bei Ward ist er so am Performance, so einer wie viel in Super-Games. Für diesen Zähne-Kombo aufgehoben. Alter, sick. Felker mit seinen Charme, aber doesn't matter, du chase ihn runter. Jetzt kommt Zeus von der Seite und will die Ult durchbringen. Trifft damit auf 2 Mann. Der geht einfach jetzt 3 gegen 1 rein. Look at this guy, oh mein Gott. Zieht beide zusammen und Light stirbt halt so fucking fast. Ohne Tahm Kench ist einfach Senna völlig useless. Ja, ist sehr, sehr krass. Also muss man wirklich sagen, Ouna hat mit diesem Engage auf der Mitte hin all das hier ermöglicht. Und diesen Weg da zu finden ist so krass. Dass er hier upsteppt, ist so wichtig auf den Rest der Series. Dass er von Anfang an wieder zeigt. Er hat aktuell alle chinesischen Jungler locker in der Tasche. Und jetzt ist Side-Lane so zu Ende. Ich seh dann Highbreaker bei Yon fertig. Arthrox geht jetzt Richtung Strikes oder vielleicht sogar Highbreaker, um es zu beantworten. Der springende Faktor dabei ist aber, Arthrox ist nicht tanky, wenn du tanky bist, weil er nicht mehr Livestream kann. Er macht keinen Schaden und da wird's gefährlich. Oh, der Dive war allerdings die Ultimate-VW. Juckt aber gar nicht, ne? Er drückt nochmal je. Jetzt warten wir auf Ouna's Play. Man hat TP. Ready bei Shahou. Shahou TP sofort. TP ist da. Er rennt von dem Tor weg. Jetzt mit dem Hammer versucht er nochmal wegzukommen. Und zack, in das Maul von Tahm Kench. Na, nochmal an der Stelle gerettet. Aber Shahou ist auch geordnet. Er ist nicht schlechter. Also da wegzulaufen war actually genius. Hat gut funktioniert. Aber du hast ja auch einen Yone gegen dich, der einfach statt zwei Katanas eine Armbrust und einen Hammer in der Hand hat. Na, ist schon keiner disgusting. Und funktioniert natürlich hier alleine übertrieben gut. Aber es ist auch sehr, sehr krass hier, ne? Diese Support-Teleport-Variante war hier im Endeffekt die, die hilft. Weil wir anfangs dazu typieren, das ist eine ganz andere Situation. Da kannst du vielleicht killstrain oder so. Aber einfach mal gefressen werden hilft auf jeden Fall. Im Mittelheimen müssen wir wieder aufpassen. Guma Yuzi. Einen Schritt weit vorne kann das jetzt allerdings outplayen. Dafür muss er allerdings trotzdem glänzen. Einfach insta die Zunge geklänzt. Jetzt aber die Frage, wird er nochmal zu Ende geroutet werden? Genau! Guma Yuzi! Er ist noch da, die Ultimator-Pedon von B der Stone, kited! Holy Shit, kommt er nochmal davon. Die Frage ist, reicht's aus Kryptos? Ist aber noch nach oben geflohen? Während Zeus sich einfach komplett da durchschliss durch den Laden. Und hier wird Weibo das Hyper komplett destroyed. Schon wieder flieht jemand Richtung Turret. Die pure Angst ist da. Der Koch, komplett verloren an der Stelle, wird hier totgetreten. Und das ist das! Ey! Und sofort der Baron hinterher! Wie hat Guma überlebt? All die Spades, all das Engage-Potential. Die Renate Ult von Keria hatte die vier Mann zum Gegner umgewandelt. Er hat die Ult von Senna gesidestept quasi. Das sah übel weird aus. Es war aber sehr, sehr krass. Also ich muss sagen, der Renate-Impact wird wieder so drehen. Achso, der Timer war scheiße! Ja, sehr gut! Volligung! Ja, und wir sehen es hier nochmal, ne? Also im Endeffekt dachte ich, hier kommt es darauf an, dass am Ende die Zunge gesidestept wird. Aber sie wird halt eben sehr, sehr schnell geklänzt. Deswegen ist es auch nicht so schlimm. Und jetzt im Aukai. Achtet mal darauf, das ist ein Zentimeter da. Und dann diese Renate-Ultimate hier alles Turn. Es nimmt genau diesen Damage raus. Genau das sorgt dafür, dass der Mann da nochmal rauskiten kann. Das scheint Flash hinterher. Aber Guma, Yuzi, einfach auch geistesgegenwärtig. Und der Turn dann, der ist natürlich clean. Das Ganze wird dann fast ein Full Ace. Nur der Opa beißt ins Grab. Und der Rest ist sehr munter. Was ein Teamfight von T1, der im Ace und im Nash mündet. Mit jedem sollten sie jetzt definitiv beide Side-Line-Turals aufgebrochen bekommen. Sie haben Halbwerker, sie haben starke Side-Lanes. Gerade im Nash verstärkt, das kann sich noch schwieriger aufhalten. Jetzt sehen wir diese 1-3-Set aber nicht wirklich angespielt, denn Yon farmt gerade noch die Raptoren. Und er hat auch kein Team Q, also 4-1 wahrscheinlich. T1 wird mit in den Bot-Lanes spielen und versuchen, wenn wer überhaupt einen Fehler macht, das Game zu beenden. Ansonsten einfach Inip bekommen, Nummer 1. Das wäre der Traum. Bisher noch nicht ein einziger Turret für Vaebo. Dementsprechend auch objective Bounties. Und T1 hat jetzt eigentlich den Eindruck, den sie brauchen, um das Game eindeutiger zu gestalten. Boah, die Vaebo-Range ist irgendwie weird. Die muss ja richtig mit der Lane kuscheln hier. Jetzt haben wir die ganzen Minions vergrößert. Rotation erfolgt dann nach oben. Wen wird er snipen? Oh no! Der Charm! Ah! Also erst Dash the Shy gegen die Wand. Ah! Und dann wehls. Er ist ein Human. Er will es uns zeigen. Er hat auf sein eigenes Elberfrost einen Charm-Waffee, das ist schon schlecht. Ja! Er hat ein kaltes Herz abgefeuert. Ja, also ich sag mal... Das kann keine Liebe erzeugen. Uh! Grausam. Die Charms... Ich weiß auch nicht, ob ich jemals sowas gesehen habe. Ja... Ich sag mal, ist jetzt ein 4. Pick im Turnier, ich würde bei den 3 anderen bleiben. Na, leider nicht. Na, aber Drache wurde sich entsprechend nochmal gegönnt. Das bedeutet da, Vaebo in der Lage, die Souls zumindest ganz kurz zu den 1. Ne, T1 spielt ein sanes Makro. Und das ist das, was wir vermisst haben in Fakers Up. Das ist die Abwesenheit in seiner Krankheitsphase. Gerade dieses hier. Wir öffnen zu viel über Midlane. Ich flame noch irgendwie so Zeus, weil er Raptor macht, aber es ist eigentlich ein guter Play, weil er erst die nächste Wave spielen muss. Sein Team rotiert dann gemeinsam auf Botlane. Sie waffen da die Sideline durch, weil sie da nicht belagert werden können von 30 Seiten. Dann spielt Zeus dann nachher alleine Midlane. Kriegt Bottom sehr einfach for free und damit sehr viel Geld obendrauf. Sehr geil von T1 gemacht. Und, ähm... Ja, dann... Prams fällt zu miss-playing. It happens. Ist nicht toll, aber... Ich keine Ahnung. So... Zeus... Alles eh kommt. Die Reinheit ist nicht jammalig. Man will einfach diesen Juggle-Quadranten oben halt halten, damit dieser Weg halt auch länger ist. Man muss bei der Rotation jetzt halt den weiteren Weg gehen, durch die eigene Basis durch. Dadurch ist man langsamer am Top Tier 2-Turm. Das ist das kleine 1x1. Und T1 beherrscht jetzt natürlich per Excellence. Er kriegt jetzt den Top Tier 2. Dann erfolgt die Rotation wieder zurück. Man kann wieder den engen Weg gehen. Und dann werden wir sehen, dass Yone versucht, Botzei-Jungle mitzunehmen. Und dann ist dieser Play fürs Erste auch wieder, äh... Ja... Erledigt. 8.000 Goldlieb, Minute 25. Das übe viel, Mann. Ist ein Snack. Also das ist eigentlich schon... Der Sargnagel ist schon durch den Schädel des Balls. Ja, ist 3-0, willst du sagen, oder? Ist 3-0. Ja? Maybe erst mal 1. 3-0. Habt ihr 3-0 getippt oder ich? Du hast 3-0 getippt. Ich hab 3-0 getippt. Ich hab 3-0 getippt. Ja, ich darf nicht wieder alles jinxen eigentlich. Aber es hat bisher noch nie wirklich was gejinxt. Also ich bin guter Dinge, dass es auch heute nicht so sein wird. Denn Saitan ist unplayable. Seus ist so OP jetzt gegen The Shai. Der Atox-Pick, der der einzige Top-Liner ist, den beide Saitan wirklich spielen wollen, neben Rumble, aber der Spermaband, ist wahrscheinlich heute nicht stark sein. Seus hat ihn sehr gut beantworten können mit seinem Yone. Und gerade der auf Saitan ist nicht wirklich, ja, für The Shai überhaupt. Alter, Alter! Alter, Alter! Er hat ein Item mehr. Aber auch Infinity Edge vorne. Auch Senna Tamkench muss man hier vielleicht ansprechen. Denn ja, man muss natürlich die Kalista mit Tamkench vergleichen. Für die, die nur für Worlds einschalten, die wissen das vielleicht nicht. Aber Senna fastet und farmt nicht. Tamkench ist natürlich da derjenige, der Kalista entgegenschreiben muss, was Gold-Value angeht. Aber der hat 7.000, 12.000. Aber das ist terrible. Und währenddessen hat Senna gerade 77 Seelen. Heißt auch, sie ist noch nicht so stark, dass sie das über ihre Passive ausgleichen könnte. Der Aktor ist sogar eher Intervall fast. Ja. Das Intervall ist auf jeden Fall der große Punkt. Und jetzt, Timon, ohne Natch sollten sie sich die Base brechen dürfen. Oh, wait, wait. Aber er kann nicht auch ohne engagen. Also mittlerweile ist Oma fucking unsterblich. Wenn er davon 5 Leuten umgeben ist, drückt er einmal die 1. Und dann ist die Full-HP wieder da. Ohne Baron zu pushen macht aber eigentlich keinen Spaß. Eine Minute 30 wird das Ganze noch dauern. Ich denke, da wird man noch ein Setup aufbauen und dann mit dem Baron das Game entscheiden. Das soll der Plan hier auch sein. Also wir sehen jetzt auch nochmal die letzten Items, die wir gerade holen. Das sind ja keine vollen Items mehr. Das heißt, die Power Spikes, die Timon jetzt hier vor diesen Lash-Fight kriegt, sind nicht so bedeutend. Auf der anderen Seite ist es halt wichtiger, das dritte Item fertig zu kriegen. Das bedeutet, das Power-Verhältnis ist wahrscheinlich in den besten Zustand, den Baby die nächsten Minuten nochmal kriegen wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nahezu möglich sein wird. Einfach weil dieser Jona auch sehr wenig gepanisch werden kann. In der Theorie müsste Mao keine punchen, wenn er reingeht, aber dann fehlt hier Mao-Kai in der Frontline, dann hast du da nichts. Tahm Kench kann jemanden essen, aber dann sagt Jona, ja gut, dann schnitz ich halt dich auf so, juckt mich auch nicht. True. Und dann kannst du halt einfach nicht mehr reinsteppen und das macht es unglaublich schwer für sich. Ja, deswegen will eigentlich genau, wie ihr sagt wegen der Item-Power-Spikes, Weibo jetzt ein Fight haben, bevor All-Wids enter ist, bevor GA fertig ist, bevor das Deathcap. Aber sie haben nicht den Gage, um das wirklich zu erzwingen, sie haben den Poke. Das ist das, was sie immer wieder von China gesehen haben seit MSI. Mao-Kai Jays, wir kriegen Kontrolle, wir poken dich. Aber das ist gegen dieses Team Online-Up so schwer, die Karte jetzt weit aufspalten können, drei Lanes zeitgleich spielen, weder gepokt werden können noch engaged werden können und Weibo struggelt hier jetzt sehr überhaupt, Richtung Fluss nach vorne zu kommen. Du hast halt gar keinen aktiven Spielanteil mehr. Also ich meine, selbst wenn du eröffnen solltest, ist das ja wahrscheinlich absolut egal, weil jetzt mit dem Guardian Angel kann sich Ona vor alles stellen. Ja, das ist tatsächlich wahr. Und du hast auch so diese ganz vielen Kleinigkeiten, beispielsweise, dass Ari mit dem Baseball ja auch immer von den Zepplingen weglaufen kann. Also, dass du die permanent rausklären kannst, dass es überhaupt kein Thema ist, dass es sehr, sehr stressfrei ist. Oh! Aua! Es sind Schockblasen, mein Gott! Fress noch drei, dann reden wir. Na gut. Eins. Rona hier wirklich sehr tanky und für mich der beeindruckendste Mann von T1 seit Worlds. Dieser Kontrast zu Playoffs und auch zu Summer ist mindblowing to me. Und ich finde es so krass, dass wir darüber geredet haben, weil wir haben ja darüber geredet. Ja, er ist eigentlich dieser Lee Sin, ne? Aber aktuell ist seit die Meter was anderes. Und was ist das für ein Statement-Game, in Game 1 zu sagen, ich picke hier Lee Sin und ich gebe für den Engage? Oh! Oh! Der Flash geht, wenn wir den Jungler rausziehen. Er hat noch GA, ist scheißegal, ob er jetzt stirbt. Nur das Positioning ist wichtig. Kommt er an der Stelle raus, er hält seinen GA. Oh! Oh, das war nervig. Ja, Senna Ultimate auch noch überlegt. Aber juckt ihn ja gar nicht. Ja, der hat sowieso so viel Lifestyle am Start. Wenn sie Veiwei töten, ist Nash free. Wenn nicht, dann warten wir für Botlane. Oana ist drei Level vor Veiwei. Also, der ist sehr stark. Und wenn wir hier Zeit gehen, könnten für Yoma das fein, wenn der Kill der erfolgt, wäre es auch gut. So ist es Flash für Flash, was wahrscheinlich für Veiwei besser ist. Die Sins Flash ist wertvoller als der des Maokais in der aktuellen Gamestand-Situation. Aber T1 kann jetzt in aller Ruhe sogar den Drake solo. Und das ist Seele, wenn Seuss hier niederschnetzeln darf. Und parallel dazu spielen sie auch noch Nash an. Also Veiweiwei hier ohne Option. Ja. Yoma einfach ein guter Champion hier an der Stelle. Macht das Ding alleine, bleibt hier noch entspannt, hat er den Halbbreaker-Bonus. Baron wird begonnen. Und jetzt der letzte Fight. Also Veiwei muss jetzt hier einfach mit dem Gesicht vollöte rein. Oder sie geben hier anscheinend sofort auf, also diesen Baron zu contesten. Quasi mit vielleicht so Schockblast-Skill, aber das wäre absolut abartig. Senna Ult kann das, glaube ich, gar nicht. Zack, das Ding ist down. Nice. E1. Würde es hier einmal durchsprechen. Es ist Soul, es ist Flash. Faker? Faker. Jetzt die Frage, der freest nicht ganz raus. Der Zahm, der ist wieder daneben. Schockblast wieder in das Gesicht hinein. Schauhu hatte mit sehr gutem Movement. Wirklich. Also der Mann ist ready für alle möglichen Skill-Shots. Ja. Und Fake hat am Ende auch noch geflasht. Aber guck mal auf die Midlane. Ja. Da hat Shai gerade einfach mal seinen Black Cleaver brocken müssen. Und da kommt... Oh! Der Shai einfach komplett abgeholt worden. Eine Person ist auch ohne jetzt immer noch die Hälfte der AP. Juckt ihn überhaupt nicht. Seos, Seos. Der nimmt ihr das 1 gegen 1. Hei Wei mit einem AP noch davon. Der macht jetzt Weh-Weh. Nexos jetzt theoretisch offen. Das bedeutet T1. Stoppt es hier den ersten Win in diesem World-Final Zone. Und das nach 30 Minuten absoluten Powerplay. Die ersten Worlds mit Faker in Korea. Game 1 des Finals ist Ola der MVP. so geile Plays gefunden und gesmurft. Seus ist auch sehr geeinigt, auch seit dem Johnny disagreed. Wer ist für dich MVP des ersten Games? Was? Wer ist für dich MVP des ersten Games? Ja, Ouna. Ouna macht geil. Ich muss sagen, Seus, im Endeffekt ist es aber für T1 Best Case. Bei Jungle und Toplane haben wir jetzt genau das Selbstvertrauen, was aus meiner Sicht der einzige Grund gewesen wäre, an ihnen zu zweifeln, dass sie sagen, ey, wir haben ein bisschen Schiss, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir es packen, aber die Art und Weise vor allem, wie sie hier gewonnen haben, ist absolut überragend. Der ist hier von Anfang bis Ende dominant gewesen und dann ist Ouna irgendwann online. Aber das ist auch, für Bescheid muss es ein Genickbruch sein, ne? Dein Standard Blind Pick im ersten Game wirst du komplett zerrupft. Das ist schon rough.